Wie schön sie klingt, die echte böhmische Blasmusik. Holger Mück und seine Egerländer Musikanten und das deutsche Musikfernsehen nehmen Sie gerne mit auf einer Reise durch die Melodien. Lassen Sie sich begeistern von diesen traditionellen großen Klassikern und neuen Egerländer Perlen. Alles natürlich live gespielt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und einen Abend voller Klang und Melodie. Jetzt Tickets sichern an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder per Telefon unter 080 6 700 733. Ja, ich bin nicht dek zou, bin nicht dek bisher. Ich bin nicht dek aus. Lass uns im Jur Excuse Damas. Ich bin nicht mit Folgendes die Bulgin. Ich bin nicht dek HAR qui